Herzlich Willkommen zu Dead by Daylight. Wir spielen mit TCM. Erlebt. Hallo. Er ist auch dabei. Auf dem Zoom. Meine Maa, es geht nicht richtig. Richtig? Nein, da wird die rechts-links Achse nicht richtig erkannt. Richard ist an der rechten Seite der Karte. Ich bin besessen, übrigens. Ja. Was ich jetzt nicht so toll finde, aber naja. Waren das die Böller? Ach nee. Warte mal, ich hänge fest. Ich kann mit meinem Maus... Ich habe die Böller gelegt. Das ist lustig. Was soll denn das? Ja, ich sehe da jemanden. Scheiße. Warte mal, ich kann mich... Warte mal, nee, warte, ich kann mich nicht bewegen. Ich hänge fest. Meine Güte. Oh, es ist lustig. Das geht nicht. Es geht nicht. Es kann doch nicht wahr sein. Ähm, Richard sucht den mal und schlag ihn. Wo ist denn der? Sieht mal laut hier. Warte. Wirf deine Böller. Achtung. Ja. Oh, und übelst geblendet, wenn das hier vor der Nase ist. Auch den Überlebenden? Ja, mich hat es selber übelst geblendet. Aber Hauptsache, jetzt geht meine Steuerung. Das liegt wahrscheinlich an der Böller. Das ist da auch was verpackt. Oh Mann. Tolles Perk. Das anguckt, Perk, oder? Übrigens, nochmal... Für die Zuschauer, der TCM und ich, wir haben jetzt mindestens seit zwei Monaten nicht mehr gespielt. Wir waren auf der Bildungsreise. Und wissen nicht mehr, wie dieses Spiel geht. Naja, es geht auch hier. Es ist irgendwie düstlich. Ich hoffe, das ist... Das ist Scheiß-Perk für die Generatoren drin. Mhm. Oh. Ach, hallo. Jetzt übrigens dahin, wo du guckst. Andermann. Äh, 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 Buschbohne. Panama? Panama, sag ich. Janosch. Oh. Da haben wir irgendwo jemand von uns, die übelsten Legs gerade. Wahrscheinlich bin ich dafür verantwortlich. Nee. Das ist gut. Das ist doch, die müssen wir mal abkrotzen. Habt ihr eigentlich euer... Also mein gutes Mikro drin? Ja. Gute Sache. Ja klar. Und eingesteckt haben wir es auch. Also geht super. Nice. Das ist wirklich unübersichtlich. Da muss ich mal gucken, wie weit ich damit komme. Alles klar. Oh, 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 ui, ah. Schnell! Richard, schnell! Du musst handeln! Fix, komm zu mir! Nein, endlich mal. Was? Hä? Hä? Äh, ist das ein Bug oder ist das, ähm... Nee, nee, der Richard spielt wirklich so schlecht. Ist wirklich so. Da man eine Falle zerstört und fertig ist, kriegt man da eine gewischt oder... Ich weiß nicht, was du meinst. Ist das nicht normal. Da wenn du jetzt eine Falle fertig zerstört hast, da gab es doch... Die Tote meinst du? Nee, 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 so eine Falle. Was für eine Falle? Ach, so eine Falle, Entschuldigung. Ja? Ohhhh! Ah! Entschuldigung. Ach komm. Ich hab's gerade krachen lassen. Letztliche Leiber nicht. Ich hasse dieses... Ich hasse diese, ähm, verfluchten Generatoren. Ja. das kann doch nicht wahr sein das ist er kann sein dass die leute in total geworden ist wenn man kurz vor dem ersten fähigkeitscheck ist der auf dem pixel quasi auf der kante ist dann kracht da schon komm lass mich in ruhe oder ist ja noch jemand oder so cool so viele leute zu sehen hallo dass mich in ruhe was mich in ruhe ja hier geht sie weiter aber du bist ein sadist bist du da bist du warte 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 pass auf ich zeig dir was noch einmal was du jetzt nicht ach so jetzt ist er bei mir jetzt werde ich erst mal krachen gehen ich glaube dieses block nämlich raus ich komme damit nicht so gut zurecht weil ich nicht drauf geht also viele haken viele haken ist das schön alter ich habe das übelst am leggen ganz ehrlich übelst krass oder bin ich schon denn was war vorhin mit meiner falle falsch dass er geht immer noch weg er geht immer in der richtung und hat sie mit dem die grünen dort ist der was heute mit sie endlich heimlich aber das ist wiederum praktisch oder hat jemand muss ich schon kämpfen oder kann ich dich noch mal aufhängen er benutzt sie aber mal seine karte ich habe hat jemand die falle zerstört ach die meintest du und was war mit der falle es hat einige klatsch gekriegt also der falle abgeschlossen hat ach so ich habe ein addon drin das verstärkt meine fallen und das lief eigentlich das könnte sein dass da was ist gut. Hier ist eine Kiste und hier ist ein Obdachlose. Das hat mir gut gefallen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ne, so ein Obdachloser. Ah nein, er ist gemein. So Richard, sag deinem Tote mit Fluch auf Wiedersehen. Da ist kein Totenfluch gewesen. Nicht? Oder doch? Wo warst denn du jetzt? Keine Ahnung. Du standst vor mir und hast dich geschlagen. Ich habe dich geschlagen und wieso hast du... Du hast daneben geschlagen. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ich müsste dich gesehen haben. Du warst weg. Ja, irgendwie war ich unsichtbar. Ich bin selber noch ganz verwirrt, gerade ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall bekomme ich jetzt... Du hast mich aber gerade verfolgt, Richard, ne? Ja, aber dann habe ich gesehen, dass der mein Totenfluch ist. Oh, die haben die Karten gut aufgenommen. Ja, so. So, Leute, macht Generatoren. Wir können wieder. Warum schweißt du denn? Ich habe schon wieder übelst Angst. Scheiße. Was denn? Renn dich in meine Falle! Ah, super gemacht. Gönne ich dir mal. Ja. Also ich bin etwas aufgeregter. Wirklich. Ich habe das Spiel, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt. Schlechte Frage. Ich habe nämlich... Warte mal kurz. Ich habe nämlich was übelst cooles entdeckt. Hä? Jonas? Was? 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 Vielleicht. Ich bin hier. Wunderbar, wer von uns ist mehr verwirrt? Du oder ich? Warum höre ich da keinen Sound mehr? Als Bestätigung. bist du frei beschworen ja oder nein wir sind generator fast fertig aber hast du adrenalin mit frage ich mir so dass man erst oben rumgehen muss dann freu dich über die heilung dankeschön bitteschön aber ich hatte auch selbst heilung also ja so ging es besser ich möchte dir ein geschenk bereiten ich sag mal nichts richard dir ist gerade nicht aufgefallen ist über mich drüber gelaufen ist hast du das jetzt hatte ich das beeinträchtigt oder war ich nicht viel ich habe genau reingeguckt okay habe ich kaum beeinträchtigt du bist du hast mich getreten gerade ist es dir nicht aufgefallen ich bin einfach übergelaufen du hast ich dann im gesicht zu dir du hast mir ins gesicht getreten ich hab's genossen okay bist du jetzt zufrieden das war extrem komisch aber wer schweigt denn hier ich hab ich hab perc mit sobald einer gehängt oder geschlagen wurde hat der killer nur noch 50 prozent aura lesefähigkeit so dass ich ihn praktisch in ruhe beobachten kann wo spuren herkommt aber niemand von euch ist dort ja ich war auch schon mal seit lange nicht mehr killer also genauso ungefähr so lange wie ihr nicht nicht mehr so weit verwahrt war nachricht hat gefällt dir die falle glaubst du der hat noch etwas drin Nein. Mohohoho. Oh nein. Hallo mein Süßor. Schön. Wir spielen übrigens gerade private Runden, weil Matchmaking schon wieder funktioniert. Ach ja, das stimmt. Wollte ich nochmal angemerkt haben. Ich habe ziemlich viele Punkte rausgeholt. Doch, ich kann zufrieden sein. Nice. Unser Geschenk an Sie, 10 GB Datenvolumen. Ach, für eine ganze Woche. Das heißt, ich habe jetzt 18 GB. Ich habe jetzt 18 GB Datenvolumen. Was so? Helle? Mach ich mit diesem ganzen Datenvolumen. Warum hast du das Geschenk bekommen? Keine Ahnung, 1 in 1 ist geil. Hm. Ja, das Eurozeichen funktioniert nicht. So, ja. Vielen Dank bist du schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.